ein foto geht ein foto geht alles gut es geht alles gut Was für eine Flasche! Das sind so Anspielungen von guten Freunden, die schenken einem leere Flaschen. Das sind also Anspielungen, aber ich habe jede Menge volle da, da könnte ja vergewissert sein. Und ein besonderer Dank gilt natürlich für meinen Freund und seine Frau. Er hat mir geschrieben, komme aus Manorka und trinke schönes Wetter weg. Gerne recht herzlichen Dank! Das geht wunderbar! Ja, was haben wir denn mit mir? Das ist ja nichts zu fassen! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ein Chauffeur, den möchte ich nicht. Ich bin ein Chauffeur.